In einem zweitägigen Kunstprojekt entstand in der Zentralbibliothek Magdeburg ein übergroßes Gesamtkunstwerk, das Mosaik der Vielfalt. Das Bild wird im Rahmen eines orientalischen Nachmittags in der Stadtbibliothek feierlich übergeben. Zu Vernissage am Montag, den 21. Oktober, sind Interessierte von 16 bis 19 Uhr herzlich eingeladen. Unter Anleitung des aus Syrien stammenden Künstlers Amar Asali haben Teilnehmer des Workshops in Kleingruppen ca. 70 orientalische Kacheln in verschiedenen Farben bemalt. Zusammen zeigen sie ein geometrisches Muster. Jede Gruppe verständigte sich dabei gemeinsam auf Farbe und Position ihres Teils des Gesamtkunstwerks. Jede Kachel hat ein individuelles Design. Durch die Sammlung entsteht ein buntes Bild der verschiedenen Formen, die unendlich erweiterbar sind. Ähnlich den orientalischen Arbeiten in der Al-Khamma in Granada oder an anderen Orten islamischer Kunst und Kultur. Der Eintritt ist frei. Für den geplanten Neubau der Integrierten Gesamtschule IGS an der Listemannstraße müssen in den kommenden Wochen 45 Bäume sowie Sträucher und Wildwuchs weichen. Die Arbeiten sind für die Baufreiheit auf der Fläche nötig. Das Umweltamt hat die Baumfällungen genehmigt, Ersatzpflanzungen sind angeordnet. In die künftige IGS, östlich vom Universitätsplatz, investiert die Landeshauptstadt Magdeburg mehr als 70 Millionen Euro. Damit ist der Schulneubau eine der größten Investitionen der Landeshauptstadt Magdeburg in den kommenden Jahren. Der Baustart ist noch in diesem Jahr vorgesehen. Der neue Magdeburger Klimabeirat tagt am Montag, den 21. Oktober um 16.30 Uhr in der Mensa des Baudezernats an der Steinkohle 6. Hauptthema der Sitzung ist neben dem aktuellen Stand des städtischen Klimaschutzkonzeptes auch die aktuelle Treibhausgasbilanz. Interessierte sind herzlich willkommen und können zum Ende der Sitzung Fragen stellen. Magdeburg soll bis zum Jahr 2035 eine CO2-neutrale Stadt werden. Zum Erreichen dieses Ziels gründete sich im Juli 2024 der Klimabeirat. Die 18 stimmberechtigten Mitglieder haben eine fachliche Expertise in Themenfeldern wie Regionale Klimaforschung und Klimaschutz, Bauen, Wohnen, Planen, Erneuerbare Energien und Energienutzung, Mobilität und Verkehr, Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit, betrieblicher und landwirtschaftlicher Klimaschutz sowie Ernährung. Künftig soll dieses ehrenamtliche Gremium die Verwaltung und vor allem den Stadtrat fachlich beraten. Die Fraktionen des Stadtrates sind deshalb bereits in den Arbeitsprozess des Beirates involviert. Das erste Ziel ist, das städtische Klimaschutzkonzept zu aktualisieren. Dreimal im Jahr kommt der Klimabeirat künftig zusammen. Der Magdeburger Stadrat hat die Gründung und Satzung des Gremiums beschlossen und die Mitglieder für zunächst drei Jahre berufen. Die Stabsstelle Klima der Landeshauptstadt Magdeburg führt die Geschäfte und unterstützt die beiden Vorsitzenden des Klimabeirats, Anja Kessler-Wölfer und Dr. Silke Rühmland bei ihrer Arbeit.